Wer kennt von euch den türkischen Denker Batesch Manczuk? Batesch Manczuk ist leider vor 13 Jahren verstorben. Er war ein Vorzeitkünstler für die Türkei und auch im Ausland, weil er wirklich jeden Tag bzw. jede Woche für seine dortige Sendung die Welt begangen hat. Und genau deswegen möchte ich zu Ihnen von Batesch Manczuk eine Auszeichnung heute hier vergeben. Ich bitte meine Schwester, aus der Tür, mit denen ich beide bin. Eine sind das alle? Ja, die sind alle. Die erste Auszeichnung geht an eine Person, ohne die das hier wahrscheinlich nicht stattfinden würde. Und Bottrock ist sehr engagiert, mehr als engagiert. Er tut wirklich, was er nur kann. Ich glaube, Angela Goh reicht für diesen Ausdruck nicht. Ich bitte herzlich von Ludwig auf die Bühne für die erste Ausdruck. Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz kurz bedanken für diesen schönen Abend, erstmal für diesen schönen Preis. Ich kann auch nicht so ganz einordnen, wo ich hier bekomme, das werde ich mir dann gleich nochmal überlegen. Aber ich bin gerührt, gerührt über das, was dieser junge Mann an der Spitze mit einem tollen Team im Hintergrund, hier ist er auf die Beine gestellt. Da lassen Sie nichts zu fehlen. Bottrock und zwar schön, danke. Wirklich interessante Menschen, die wir haben. Das war richtig anonym zu lauschen. Sie reisen aus Berlin an. Also ich zahle auch die ganze Woche in Sie hier. Nein, das ist kein Problem. Das war so angenehm, dass wir jetzt auch dabei sind. Ganz tolle Menschen. Ich war richtig gut. Das war richtig toll. Danke. Danke dir ganz toll. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf. Denn der junge Mann hat vor drei Jahren bei mir in meiner Kanzlei ein Schulpraktikum gemacht. Und da hat er auch dann schon diese Eigenschaften noch ein bisschen geerbt. Und da bin ich auch mal wieder mit. Das ist interessant, dass der Türkele, der liebe Volterozi geht, der habe ich vorhin so draußen mal gesagt. Das ist unglaublich, wenn man ihm nicht entkommt und er marschiert. Und das finde ich toll. Und da kann man nur stolz darauf sein. Alles Gute, Mann. Vielen Dank. Ich glaube, Michal und Erwasch haben uns gerade alle überzeugt, oder? Warte, hey, ein Foto machen. Ein Moment. Vielen Dank. Also man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Wie alt bist du? Der Junge ist 17 geworden. Ich habe keine Ahnung, was ich mit 17 gemacht habe. Aber er hat das gemacht. Vielen Dank. Ich habe ja auch gelacht. Danke dir sehr. Und den werde ich dann als Ergänzung ihm persönlich zuschicken lassen. Ich bitte, ein Foto bekommst du mir. Danke schön. Ich bin ein ganz großer Fan von Baders-Mancho. Mit dem bin ich groß geworden. Mit dem bin ich Helfer geworden. Mit dem habe ich viel getanzt auf meinen ersten Blumen. Danke. Und er hat eine ganz große Nummer hier gemacht. Ja, wirklich muss ich mal sagen. Ich war froh, ich war froh, ich war froh. Mit deinem Blumen. Danke. Danke.